So meine lieben Freunde, heute klären wir mal den blutbefleckten Schrein und wie das Ganze läuft, zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar müsst ihr am blutbefleckten Schrein ein bestimmtes Rüstungsteil tragen und euch damagen lassen. Und zwar müsst ihr das Kensei Rüstungsteil tragen. In welcher Farbe ist egal, Hauptsache ist das Kensei Rüstungsteil. Dann geht ihr ganz einfach auf diesen Berg hier drauf und dann jumpt ihr einfach runter, sodass ihr Schaden bekommt. Und dann heilt ihr euch und dann kommt eine Zwischensequenz, in der ihr dann einfach ganz normal dieses Rüstungsteil bekommt und dazu den ganzen Helm. Ich zeige euch das mal. Das ist das Ding hier. So sieht das dann aus. Das ist einfach so eine Erweiterung. Hanama-Gewand. Ja, Hanama-Gewand heißt das dann. Und dann auch noch den Hut dazu. Ja, Hanama, glaube ich, heißt das auch irgendwie. Ja, Hanama-Helm, genau. Den gibt es dann auch noch dazu. Das Outfit kriegt ihr. Das ist die ganz einfache Lösung. Viel Spaß mit den Klamotten und tschüss. Der Klamotten ist dann auch schon. Und dann geht das dann auch wieder mit den Klamotten und die Klamotten. Untertitelung des ZDF, 2020